In London steht der Frühling vor der Tür und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens, sie hat Henry angelogen. Zweitens, die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Drittens, Graysons biestige Großmutter, das Bocker, hält die ganze Familie mit ihren haarsträubenden Plänen in Atem. Wird Liv all die drohenden Katastrophen abwenden können?